Ja, ganz, ganz herzlich willkommen in Bad Firmwand. Bad Firmwand hat ungefähr 20.000 Einwohner, ist eine Stadt mit mediterranem Flair. Auch wenn Sie in die Stadt gehen, Sie sind alle mobil, Sie werden sich wohlfühlen in Bad Firmwand. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und lassen Sie es sich richtig gut gehen. Wie weit ist das in der Stadt? Ich kann nur einen Rollator ab. Da werden wir Sie runterholen. Gut, dass wir uns jetzt hier kennenlernen. Ich habe Sie eben schon mal gesehen und ich dachte, Sie werden jemand von der IT-Abteilung. Ich wollte Sie schon anschreiben. Und Sie sehen schon die Gewichtigkeit hier. Die Ökonomie kommt nach der Medizin. Das ist so, aber Sie wissen auch, wenn es nicht finanziert werden kann, ist auch die Medizin nicht das, was es sein muss. Und ich selbst habe ja die Klinik noch im alten Gewande gesehen. Ich kann versprechen, das ist eine neue Klinik geworden. Bad Firmwand ist wie ein großes Bar und Gesundheitsrestaurant. Das hoffe ich und bin mir sehr sicher, dass Sie das erleben werden. Auch mit den Veranstaltungen, die wir in Bad Firmwand haben, damit keine Langeweile aufkommt, wenn man ein bisschen Zeit hat. Also hier ist wirklich sehr, sehr viel geboten. Der erste Einblick war für mich spitze. Und jetzt muss ich ehrlich sagen.